Moin so Jungs und Mädels und herzlich Willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Gears of Warfare mit Kati. Hi! Nice. Will ich weitermachen? Super, nice. Ja, ja, ne, wir gehen mal durch die Tür hier. Da drüben! Es bewegt dich zu der Bahnhaltestelle. Gehen wir! Ah, Bahnhaltestelle. Oh, 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 oh. Letztes Mal hatten wir hier die Minigun dabei, ne? Ja. Und warum schützt du keine Minigun da? Die haben wir nicht mitgenommen. Ich dachte, die lag hier. Da drüben! Bringt das Ding zum Schweigen! Verdammt, das sind ja unzählige! Ja, komm mal da von der Barriere weg, die springen da drüber und dann bist du tot. Oh. Ah. Oh ah! Oh, oh! Ich komme überall hin, du. ah! Hm. Ich stand hinten und habe nichts gemacht. Ja, ich glaube auch, du warst ein bisschen zu lange hinten, anstatt mit nach vorne zu kommen. Ich habe echt so geguckt und dachte, ach, ihr bekommt das aber gut hin. Ja, und dann waren da aber schon drei um Dell rum. Und dann dachte ich mir, oh, ihr kriegt das immer noch gut hin. Ja, danke schön. Da drüben, bringt das Ding zum Schweigen! Verdammt, das sind ja unzählige! Da drüben. Hier sind wir fertig! Und da drüben. Wir sind überall! Aber das war echt gut. Pass auf, halt, sie kommt zu drüben. Oh, noch mehr. Ja, ja. Ich hoffe, wir sind hier noch nicht fertig. Ich bin links von dir. Sieht ein bisschen toll aus. Du auch. Besonders mit dem Zopf. Oh, lass den Zopf in Ruhe. Na, guck mal, der ist auch fertig. Der nervt mich, der Zopf. Na, ich geh mal kurz vorgucken. Wo der Rest bleibt. Bleibt ja hinten. Ja, ich komm gleich wieder zurück. Okay, ich glaub, du kannst ein bisschen vorkommen. Okay. Na, da vorne hat sich was bewegt am Baum. Vorsicht! Die sind so schnell! Schnell und wütend! Wo bist denn du? In der Bier. Nicht so schnell! Geh nicht so weit vor, bitte. Ja. Ich glaub, wir müssen hier weiter, ne? Ich bin hinten bei dir, rechts. Es kommen immer mehr! Wo denn? Lass mal ein bisschen zurückgehen. Oh, scheiße! Was hast du das, Beto? Wer ist der Nächste? Alles klar, das war's. Sehr gut. Gehen wir jetzt zur Bahnhaltestelle. Super easy. Gehen wir schnell. Ja, weil man sich halt so ein bisschen koordiniert, ne? Geht das echt? Machst du auf? Ja. Lass dich nicht wieder fressen. Ich geb mir Mühe. Cool. Ah, da hinten sehe ich was blinken. Was ist das? Die, der Chor? Die Chor hat sie als Feldlazarett genutzt. Aber die Festung stammt aus der Zeit davor. So die Zeit der Könige und der Hexe. Brauchst du Munition, ne? Hexe. Was denn? Ich versuche nur, dir etwas geschichtliches Wissen zu vermitteln. Oh, du hast was mit Dell gemeinsam. Ja, zum Beispiel hier. Achso, Belehrte haben sich nämlich über die Identität der wertigen Figur hinter uns unterhalten. Schon seit Jahrzehnten. Einige glauben, er wäre ein Philosoph. Andere sagen, er ist der König, äh, der Vater eines Königs. Oder andere sagen, er ist der König selbst. In Priestergewändern. Da gibt es Sinn. Ich finde, er hat was von Avatar. Aber seine Präsenz hier soll auf jeden Fall dem ganzen Areal hier eine friedliche, meditative Aura verleihen. So, der Avatar, der Holi-Avatar? Oder Argen, der Avatar? Na, der Argen, der alte Avatar. Ah. Von Korra. Soll der nicht so irgendwie aus? Hm, ich weiß es nicht mehr. Erinnert mich ganz einfach. Wie ist die Deckung? Ja, Deckung muss ich immer gut. Ah ja, gut. Da ist eine Munitionskiste. Ich verstehe das hier. Ich habe es nach außen gelassen, glaube ich. Das war ich. Nee. Mach schon mal eine Granate bereit. Oder soll ich? Ja, egal. Da versuche ich es mal. Okay, dann mache ich auch eine Ersatzgranate bereit. Ja, lol, gut. Naja. Ich weiß ja, wie gut du triffst. Hä? Beim letzten Mal hier hast du auch. Das war super gut, meinst du? Was zum Teufel? Magenloch! Hippie. Lass mal zugucken und nichts machen. Oh, er bringt Glänzer-Munition. Nö. Was war das jetzt? Hat sich weiterentwickelt. Kann man es wirklich entwickeln? Oh, ich bin tot. Oh, der hat auf einmal voll gut geschossen. Was war das jetzt? Hat sich weiterentwickelt. Kann man es rückentwickeln? Erfischt! Versuch nicht wegzukriechen! Verdammt! Die Diepen sind schlauer. So schlau sind die nicht. Was laberst du? Nicht als wir, aber als vorher. Ja. Mit Hunger. Ja. Ah ja. Und du bist raus! Der links nennt auch noch einer. Die sind noch zu dritt da hinten. Ich sagte, die wären nur noch zu zweit. Du entkommst mir nicht! Frag Wolf! Sind immer noch drei da? Oh ne, zwei noch. Aber die schießen beide auf mich. Das guckt ja von der Seite zurück. Ja, ich seh's. Ah, jetzt komm ich hoch. So, einer ist noch. Oh, der stimmt. Erledigt. Alles klar, das waren alle. Mir gefallen die Typen nicht. Ich mag die. Sind die gerade aus dem Ausgangsloch gekrochen? Für mich sieht das aus wie eine ASD. Ah, hier liegt ne Lancer. Ich brauche aber die Retro-Lancer. Oh oh, wo gibt's... Wo? Oh, der kommt rechts oben, Treppe. Ich werfe an den Granate hoch, glaube ich. Wo stehst du denn? Äh, rechts hinter der Säule. Ich glaub, da wo du warst eben. Frack-Wolf! Oh, da ist ein Typ. Wann ist denn der da runtergekommen? Nicht gesehen? Ne. Schon der zweite, der runtergestürmt ist. Ja, die Treffer oder was? Kannst du noch was sagen? Kommt her. Ich dachte, du hast das gesehen. Ne. Ich hab nach rechts geguckt irgendwie und dann... Ich weiß nicht, wie der hinter mich kommt. Seht euch das an? Ich glaube, unsere Einsammelwaffen sind weg. Nein. Was ist das? Doch. Das ist kein Ausgangsloch. Sieht aus wie ein Nest. Hm. Oh. Oh, Scheiße! Meine Granate war so gut. Muss man noch dabei überlegen. Ja. Ich find es so gemein, dass die Waffen gespauen. Leute, kommt her. Für mich sieht das aus wie eine Art weißer Naht. Oh. Oh, Scheiße! Werfe Granate! Einer erwischt? Ne, die sind beide Röderan. Also, ich hab beide getroffen, aber... Oh, Scheiße! Verstanden! Hey, du stehst mir weg! Schön! Kommt schon! Durch das Tor! Ich hab aber gern Mutti. Ich hab 4,25... Ach, das ist gar kein Lancer hier. Ich dachte, ich hätte eine Lancer fallen lassen. Brauchst du Granate? Äh, ich hab noch zwei... Im Nesh-Zins. Dann nimm die mit. Ich bin voll. Oh, gut. Oh, meins. Oh, meins. Liegt hier echt nirgendwo eine Lancer rum. Großartig! Hier sind sogar noch mehr! Schieß deine Kapsel runter! Genau. Schieß mal keine Kapsel runter. Mehr für Granate! So, gehen wir zur Seite. Was ist das? Nee, oder? Hm, ich denke nicht, aber ich sehe keinen mehr. Das ist doch mal sieb. Ich geh mal hier in Deckung weiter nach vorne. Ich hab mit. Oh, ich hab Lancer gefunden. Sehr gut. Ich lasch nochmal Lancer, falls du welche brauchst. Ja, brauch ich. Das kommt mir gerade recht. Oh, da sind sie nieder. Darfen. Sie kommen! Passt auf! Ach doch, der Schmutzel. Schmutzel! Ich wollte halt eine ein bisschen früher wegnehmen, damit wir nicht drei auf einmal haben. Ein bisschen Luft zu dritt. Naja, du meinst Dell? Ja. Ich weiß nicht, ob Dell unbedingt zählt. So ein zählt. Das ist eine alte Person. Au, au, au. Ich glaube, der hat einen Schoß. Ich weiß nicht, ob der hat einen Schoß. Ich weiß nicht, ob der hat einen Schoß. Jetzt. Ja? Haben wir? Ja, du hast ihn erwischt. Gut. Okay, mein Gericht. Ja, das ist ja auch. Oh, da sind noch mehr. Das war ganz geil. Ja, der ist aber tot. Lebt da noch einer? Ja, der ist aber tot. Ich würde sagen, höchste Zeit, die Biege zu machen. Ja, der ist halt da nur auf Land getroffen. Wollen wir halt im Tumschweigen, was da gerade passiert ist mit dem Nest? Was zum Teufel war das? Den anderen. Haben die sich verwandelt? Der stand hier drüben. Sie haben sich weiterentwickelt? Ich habe eine Granate dazwischen geworfen. Er ist ja rübergerollt und wurde von dem Sack erschlagen, der durch die Granate runtergekommen ist. Sogar innerhalb Stunden. Na gut. Larven und Drohnen. Larven und Drohnen von Fassstein. Das werden wir noch mal ausfüllen. Gesundheit. Danke. Haben die ja auch nicht alle eine Hammerburst gehabt? Ja. Ja, toll. Das sind Granaten. Äh, gut. Brauchst du welche? Ich bin bei drei Granaten und du? Ich habe vier. Ich habe ein anderer. Ja, aber die sind jetzt alle kompatibel auf einmal. Ah, okay. Ähm, wie sieht es mit deiner Munition aus? Ah, Retro-Lancer könnte ich gebrauchen. Ja, nee, ich meine echte Munition. Die ist noch gut. Ja. Präzise. Du hast gefragt, wie die aussieht. Ich wollte wissen, wie viel Schuss du noch hast. Du musst auch präzise fragen. Vier hundert siebentzibzig. Gut. Das sieht ja noch ganz gut aus. Sag ich doch. Oh, der Friedhof, das ist ein gutes Omen. Ich würde gerne. Der hier. Scheiße, noch ein Nest. Da muss eine Granate rein. Ich bleib einen. Ich hab's schon. Verstanden. Verstanden. Nett. Oh, du stirbst trotzdem. Gute Nacht. Äh, wir wollen da nicht... Oh, Scharfschütze. Ja. Wir wollen da nicht da vorne sein, wollte ich sagen. War zu spät. Scheiße, noch ein Nest. Da muss eine Granate rein. Super. So, dann schauen wir mal ganz so weit vor. Scharfschütze, links! Startklar! Fang! Oh, die ist ein bisschen kurz. Hat aber gereicht. Das hat Quatscheln gereicht. Werfe Granate! Ich fühle mich ja vorne nicht so wohl. Er ist tot! Kann ich verstehen. Aber ich bin quasi direkt links hinter dir. Du wirst geschirmt, pass auf. Ah, doch nicht. Von wo? Ich wollte da rechts in Deckung, wo der erste, bei dem er bestand. Wohne erledigt! Da ist noch einer im Loch drin. Aber der ist schon fort, glaube ich, ne? Ne. So, ich kann schief. Ich bin jetzt noch gut. Komm schon, du bescheuertes Scheißstück! Ah, jetzt krabbelt er nur noch. Okay, das war easy. Ja. Hier ist ne Boomshot, wenn du willst. Mhm. Äh, Granaten? Hab ich. Ja? Bist voll? Ich hab grad welche aufgenommen. Ah, gut. Nimm ich die hier mit. Hier sind noch mehr Granaten. Ne Boltog. Ich hätte gerne Glänzer, Muni. Da oben liegt die Longshot vom Scharfschützen. Ja, ich hab gerne Glänzer, aber es gibt keine. Es gibt keinen. Ja, von denen hat keiner eine Lanzer? Mhm. Ich hab keine gefunden. Mhm. Bei wie viel bist du? Die Retro-Lenzer ist leer und die andere hat noch 462. 462? Hm? Das ist doch easy. Warum schießt du denn immer zuerst die Retro-Lenzer eigentlich? Weil die mehr Bums hat. Ja, aber mit der triffst du auch viel schlechter. Ah, wenn die nahe sind, dann treffe ich, äh, dann ist es besser. Ach so. Kann ich weitergehen? Oder? Äh, sofort. Ich hab hier noch den Boltog mitgenommen. Ich hab sechs Schuss jetzt für den Boltog. Da gibt's echt nirgendwo Munition. Du warst da links oben schon, oder? Ja. Da, wo der Scharfschütze war, meinst du, ne? Ja. Ja. Da war ich. Dann mach ich jetzt weiter. Ja. Bitteschön. Bitteschön, als wenn ich das aufgemacht hätte. Da ist eine Munitionskiste. Ja. Rechts. Du oder ich? Du. Du brauchst doch auch einen Lenzer, oder? Äh, ja. Die sind für mich. Wir müssen rein, bevor das Wetter noch schlechter wird. Und hier ran? Ja. Du hättest mir vorher eigentlich ein bisschen Lenzer-Munition abgeben können. Richtig. Ja, dann geb ich. Ich bin voll. Die Lenzer hab ich voll. Aber, aber dann geb ich dir. Ja. Ne, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Nimm das. Ja. Reicht, reicht, reicht. Ich glaub wir brauchen mal einen Speicherpunkt, um die Folge zu beenden bei Gelegenheit. Da ist das Signal. Markus Funk. Er ist ganz nah. Los. Los. Schneller. Renn in dein Verderben. Yay. Na guck mal, da kann ich mir was vorlesen. Oh, ich hab gehofft, das wäre stimmig. Ja. Das alte Fohr hatte nämlich gar keinen Bahnhof. Das hier war die... Ah, das Zollgebäude. Und Güter von ganz Tyros rund jenseits davon sind durch seine noblen Küren gekommen damals. Ja. Und während sie hier die Bahn gebaut haben, haben sie ganz viele tolle Fundstücke gefunden. Ah, das ist eigentlich ein perfekter Speicherpunkt hier, ne? Aber ich glaube, wir müssen das erst triggern. Weil es vorher speichert es ja nicht. Wenn wir jetzt hier Schluss machen, müssen wir uns zur Hände nochmal durchkämpfen. Beim nächsten Mal. Ja, also mag ich weitergehen? Ja, wir gehen hier schnell rein. Wir können alle schon mal sehen, was hier Schlimmes passiert. Oh verdammt. Oh scheiße. Okay, du bist ein ganz Großer. Schön ruhig. Oh, das ist übel. Zwei. Hm. Aber für heute war es das Lungs und Mädels. Ich bedanke mich für euch. Bis zum Schauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao. 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 Ciao.